Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Sierra Kid 600 Tage Das letzte Album von Sierra Kid, TFS, erschien im Juli 2019. Knapp ein Jahr später kommt der junge Rapper aus Emden jetzt mit seinem fünften Album. 600 Tage beinhaltet 14 Tracks, Feature gibt es eines und dieses kommt von Edo Zaya. Das Album kommt über Team Fuck Sleep und erscheint digital. Monet 19.2 Medical Heartbreak Monet ist ein junger Newcomer aus der Schweiz. Jetzt steht mit Medical Heartbreak das neuste Mixtape des St. Galleners an. Medical Heartbreak kommt mit 9 Tracks und beinhaltet Features von Batuu, Eren Can und Hatik. Das Release kommt über Warner Music und erscheint digital. User You Millennium Das letzte Album von User You Shibuya Crossing erschien im März 2018. Etwas mehr als zwei Jahre später steht nun sein fünftes Album an. Millennium beinhaltet 10 Tracks, Features kommen unter anderem von Madness, Millidance und Panikpanzer. Das Album kommt über User You und erscheint als CD und auch als Vinyl. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.